Das Orga-TV-Team hat das Kino 8,5 in Saarbrücken besucht. In diesem Kino wird am 29.07., also den letzten Mittwoch in der Vorlesungswoche, einen Medientag veranstalten. Hier sieht man den Hinweg zum Kino. Man kommt an der Tapas-Bad Zapata vorbei, durch den Innenhof und gelangt dann direkt zum Kino 8,5. Hier sieht man schon die Werbung des Kino 8,5, wo derzeit mit verschiedenen Filmen geworben wird. Jetzt befinden wir uns im Inneren des Kinosaals, wo der diesjährige Medientag stattfinden wird. Dort werden wir Filme zeigen der UMP Kids, die wir auch letzte Woche in der Sendung hatten, Filme oder Beiträge des Seminars und weitere spannende Themen. Unter anderem auch das Thema der Zersparung, das wir vom Orga-TV-Team bereits öfter thematisiert haben. Für das leibliche Wohl ist im Kino 8,5 auch gesorgt, wie man gerade gesehen hat. Großes Thema des Medientags wird die Generation Z sein, Generation Z im Saarland, Zersparung und auch noch ein lustiger Beitrag zum Thema hinter den Kulissen und Outtakes des Orga-TV-Teams. Die Filme, die zurzeit im Kino laufen, sind Sprich mit ihr, Berlin, die Sinfonie der Großstadt, Wir sind jung, wir sind stark, Kriegerin, Lauf, Junge Lauf, Im Labyrinth des Schweigens, Freistaat, Ein Sommer in der Provence, Schöne Sommerzeit und Das blaue Zimmer. Und dasali, die Schöne Sommerzeit und das Schöne Sommerzeit, In der nächsten Zeit, 15. In der nächsten Zeit, 15. Vielen Dank.